Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Vermögensplanung vor und in der Rentenphase soll das Thema der nächsten rund 40, vielleicht 45 Minuten sein. Wir werden die Veranstaltung selbstverständlich aufzeichnen und Ihnen die Konserve im Nachgang zur Verfügung stellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, gewisse Sequenzen zu wiederholen oder auch verschiedene Bildschirmansichten nochmal in Ruhe zu betrachten. Wir springen auch direkt in das Thema hinein. Die Agenda wird in der Form sein, dass wir verschiedene Punkte beleuchten. Zunächst die Differenzierung Altersvorsorge versus Ruhestandsplanung, das vielleicht nochmal systematisch wichtig, um die Begriffe kurz zu klären. Dann, was genau mit der fragilen Dekade gemeint ist, warum das für Personen wichtig ist, die vielleicht fünf Jahre vor dem Ruhestand und die ersten fünf Jahre im Ruhestand sind. Was genau dieses Thema fragil oder zerbrechlich bedeutet im Kontext der Kapitalmarktannahmen. Dazu habe ich Ihnen Beispiele mitgebracht. Dann die Frage, welche Varianten gibt es eigentlich, um Vermögen wieder in Einkommen zu wandeln? Weil in der Sparphase, wenn wir Vermögen akkumulieren, dann geben wir tendenziell weniger Geld aus, als wir einnehmen. Die Differenz, die legen wir hoffentlich sinnvoll am Kapitalmarkt an. Und in der Endsparphase, in der Ruhestand, in der Passivphase werden wir eben diese Gelder wiederum flüssig machen wollen. Und da gelten natürlich ganz andere Prozesse und auch andere Mechanismen als im Rahmen der Sparphase. Und da schauen wir uns mal die verschiedenen Varianten an. Und dann, eins ist natürlich auch klar, bei der lebenslangen Planung, der Tod ist uns allen sicher. Und das hat natürlich Konsequenzen in der Familiendynamik, aber vor allem auch aus der wirtschaftlichen Perspektive haben wir den Abfluss von Vermögen, zum Beispiel an Kinder oder auch an das Finanzamt. Und auch das hat natürlich Konsequenzen für die finanzielle Situation des überlebenden Ehepartners. Und ihre Fragen, die werden wir sammeln, um sie dann am Schluss eben hier zu konsolidieren. So, die Technik scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindestens hier kein negatives Feedback an dieser Stelle bei den Fragen oder im Chat. Von daher können wir nun auch wirklich ans Eingemachte gehen. Also zunächst als Einleitung mit Anfang 20 haben wir natürlich andere Interessen und Vorstellungen als vielleicht mit Ende 40 oder mit Mitte 60. Also die Ansprüche und Bedürfnisse ändern sich und gleiches gilt auch für die Finanzplanung. Von daher, unsere Logik ist ja immer die, dass wir eine klare Methodik haben, verschiedene Prozesse, die strukturell wiederholbar sind, um dann mit identischen Prozessen eine hohe Entscheidungsqualität zu gewährleisten. Und im Kontext des heutigen Webinars, was gilt es da denn zu beachten, damit am Ende vom Geld nicht noch Lebenszeit übrig ist. Sie kennen unsere bekannte Herleitung einer Vermögensstrategie, die will ich gar nicht zu sehr vertiefen, aber die Logik ist immer die gleiche vom Vermögenstatus über die Vermögenstrukturanalyse und die Kennzahlenanalyse aus verschiedenen Dimensionen wie Rentabilität, Verfügbarkeit, Liquidierbarkeit und auch Verlusttoleranz kommen wir über die Liquiditätsplanung, die natürlich im Ruhestand nochmal deutlich wichtiger ist als in der aktiven Erwerbsphase, kommen wir zu einem Status quo und gewissen Prognosen. Daraus können wir wiederum ableiten, welche Risikobereitschaft habe ich denn letztendlich hier, die ich tragen kann. Dann finanzielles Merkmal auf der einen Seite, ein emotionales Merkmal, viel mehr gesagt und dann die objektive Risikotragfähigkeit, die aus den Ansprüchen kommt, weil die Frage ist ja, wie viel Kapital, welchen Cashflow brauche ich wann, um dem Preisschild meiner Ruhestandsplanung entsprechend Rechnung zu tragen. Daraus resultieren auch die Anlagehorizonte, die natürlich unterschiedlich sein können, aber konsolidiert betrachtet werden müssen. Dann schauen wir uns die langfristigen Ertrags- und Risikoerwartungen an auf Basis dieser Vermögensstruktur. Auch ein aktuell sehr wichtiges Thema, weil viele Anleger, die speziell in den letzten zehn Jahren ihre Erfahrungen am Kapitalmarkt gemacht haben, die sind vielleicht etwas positiv verzerrt, was die Renditen auf der einen Seite, aber vielmehr auch die Erholungsdauern nach Krisen angeht. Und hier könnte es zu positiven Erwartungsverzerrungen kommen und die müssen natürlich auch thematisiert werden. Man kann Risiken messen und schätzen und wenn man dann die Anlageebene, die Kapitalmarktebene mit der Anlegerebene zusammenbringt, dann hat man eine sogenannte Investment Policy. Diese kann man verschriftlichen und das könnte dann eben auch den Rahmen bilden für die Anlagerichtlinie auf Basis des Gesamtvermögens oder auch mit unterschiedlichen Anlagerichtlinien für verschiedene Strategietöpfe und oder auch Vermögensverwalter. Dann die Umsetzungsfragen. Wo agiert man aktiv? Wo agiert man über regelgebundene, über quantitative Ansätze, die vielleicht über Indexfonds oder auch ETFs verfügbar sind? Wie soll das Risikomanagement aussehen? Was ist das laufende Monitoring? Wie sieht es mit taktischen Eingriffen aus? Wann macht es Sinn, vielleicht auch Absicherungen vorzunehmen? Im Kontext der fragilen Dekade kann das auch eine entsprechende Rolle spielen und steuerliche Aspekte. Die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle in Abhängigkeit der Vermögenshöhe, der Familienkonstellation und vielleicht auch entsprechender Verlustvorträge, die in den unterschiedlichen Töpfen vorhanden sind oder vielleicht auch auf Ebene der Steuererklärung dann gehoben werden können. Und auch das gilt es noch zu berücksichtigen. Wir schauen uns dann die Definitionen nochmal an. Altersvorsorge versus Ruhestandsplanung. Altersvorsorge, ich denke, das ist relativ klar. Sie sehen es auf der linken Seite. Ich habe einen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben. Dann wird typischerweise mal geplant, was kommt denn an Einkünften aus den verschiedenen Töpfen, gesetzliche Rente, Beamtenpension, freiberufliche Versorgungswerke und ähnliches. Und die typischen Fragestellungen, die dann vorher, diese Frage, spare ich genug, um überhaupt meine Ziele mathematisch erreichen zu können, spare ich vielleicht auch zu viel? Auch das kommt durchaus vor. Wie viel Rente kann ich mir überhaupt leisten? Welches Vermögen kann ich übertragen? Das sind so diese typischen Fragestellungen, die wir eigentlich hier haben, abstrakter mit dem Thema Altersvorsorge. Und bei der Ruhestandsplanung, da sehen wir dann eben, was haben wir eigentlich dann konkreter, vielleicht zehn Jahre vor geplantem Ruhestandsbeginn. Wie sieht es mit den Rentenlücken aus auf Basis des bekannten Steuersystems? Welche Möglichkeiten habe ich, um aus dem Vermögen wieder Einkommen zu generieren? Wie sieht die individuelle Liquiditätsplanung aus? Also Sie sehen schon auch die Nachfolge- und Generationenplanung mit auch der rechtlichen Vorsorge spielt hier eine wesentliche Rolle. Also von daher sehen wir schon hier, Altersvorsorge meistens ein bisschen vorgelagert. Und je älter man wird, je größer das Vermögen sich in den Töpfen auch ansammelt, desto mehr gehen wir eben in die Ruhestandsplanung entsprechend auch über. Aber, dass das ganze Thema eine zunehmende Bedeutung hat, ich denke, das ist klar, demografischer Wandel, wir sehen die Diskussion um die Höhe der gesetzlichen Rente, aber auch hier ist klar, eine Rente von 48 Prozent im Durchschnitt zum Einkommen, im Erwerbseinkommen gerechnet, das wird natürlich in den meisten Fällen nicht reichen. Man muss individuell etwas tun, wenn man den persönlichen Lebensstandard halten will, tendenziell natürlich auch, wenn mehr Freizeit ist, wird vielleicht auch mehr Geld ausgegeben anstatt weniger. Wir haben das Thema Gesundheitszustand, Stichwort Handlungsfähigkeit, Demenz und ähnliches, spielen hier auch natürlich Punkte hier hinein, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament. Also die rechtliche Vorsorge gehört hier natürlich mit dazu. Und klar, auch Inflation, die endet nicht, wenn sie in den Ruhestand gehen. Auch das etwas, was wir häufig bei Anlegern sehen, die für sich da ein bisschen planen, ein bisschen mit Excel oder ähnliches. Da ist oft die Steuer vergessen oder die Inflation wird vergessen, aber nur weil sie in den Ruhestand gehen, endet eben der Kaufkraftverlust nicht. Und wenn wir heute Ruhestandsdauern haben von 20, 30 oder vielleicht 35 Jahren, dann dürfte klar sein, dass die Strategie zu sagen, ich lege mein Geld in Aktien an und zum Ruhestandsbeginn kommt alles aufs Tagesgeldkonto und dann mache ich den Namen vom Tagesgeldkonto auf mein Girokonto, um davon meinen Konsum zu bedienen, dass das nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist relativ klar. Dafür sind die Zeiträume einfach viel zu lang. Also das Thema Langlebigkeit ist natürlich erst mal sehr positiv, auch dass die aktive Lebensspanne in vielen Fällen häufig relativ lang ist, natürlich auch sehr positiv, bedeutet aber natürlich auch, der notwendige Kapitalstock, der zur Verfügung stehen muss, der ist höher, bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss mehr Selbstverantwortung und dann natürlich klar, was soll nach dem Tod geschehen. Wir haben Ihnen hier mal die häufigsten Fehler der Ruhestandsplanung aufgelistet, die wir in der Praxis sehen. Zunächst, es gibt keine strategische Liquiditätsplanung und damit meinen wir nicht, ob Sie vielleicht drei Accounts haben für Netflix, Amazon Prime Video und noch Disney. Das soll nicht das Thema sein, sondern hier geht es wirklich darum zu sagen, wie sieht die Liquiditätsplanung aus, welche Investitionen stehen an, was haben wir vielleicht auch noch an Themen, die abzubilden sind. Das ist keine Haushaltsrechnung, sondern vielmehr strategische Natur, die sollte man natürlich haben. Dann, was häufig nicht genügend differenziert wird, sind Renditen und Zahlungsflüsse. In der Phase, wo Sie aktives Erwerbseinkommen generieren, spielt es ja keine Rolle, wann Sie welche Renditen generieren, also ob Sie dann neun Jahre lang keinen Ertrag haben und im Jahr 10 haben Sie einen Riesenertrag, in der aktiven Erwerbsphase häufig egal. Im Ruhestand, wenn Sie auch anteilig Vermögen verfügen, ist das natürlich anders gelagert. Von daher auch die Reihenfolge der Renditen, ein ganz wichtiger Punkt, wie wir gleich noch sehen. Dann die Folge eines Todesfalls auf Renten und Vermögenswerte, die werden nicht betrachtet. Bei Renten ganz simpel gesprochen, nehmen Sie gesetzliche Renten oder Renten aus Versorgungswerken oder auch Betriebsrenten, die sind typischerweise, wenn es zum Todesfall kommt, sind diese sogenannten Witwenrente deutlich niedriger, meistens so um die 60% der ursprünglichen Altersrente. Das heißt, vor Steuern fehlen 40%. Das muss man natürlich bedenken, weil diese Liquidität fehlt dann eben für die Restlebensdauer des überlebenden Ehepartners und die Konsequenzen für die Vermögenswerte natürlich auch, weil Vermögenswerte können im Wege der Nachfolge, sei es durch Erbschaften, Vermächtnisse oder auch den Abfluss an das Finanzamt reduziert werden. Und dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass vielleicht auch das verfügbare Vermögen des überlebenden Ehepartners was sich hier deutlich reduziert und häufig auch wesentlich illiquider wird. Dann die langfristigen Auswirkungen der Inflation werden unterschätzt. Das hatten wir eben schon angesprochen. Das führt häufig dazu, dass die Anlagestrategien zu konservativ umgesetzt werden und dieser Renditebeitrag aus wachstumstärkeren Vermögensklassen, der fehlt dann langfristig. Die mangelnde Berücksichtigung steuerlicher Aspekte eben schon ausgeführt. Die eigene Lebenserwartung wird unterschätzt. Auch das ein Punkt kombiniert mit den Gesundheits- und den Pflegekosten, was in der Liquiditätsplanung wiederum auch seinen Niederschlag finden sollte. Das heißt, Sie merken schon, oft schlägt sich wieder die Brücke zur strategischen Liquiditätsplanung als Sammelbecken dieser genannten Punkte. Und auch das Thema Kapitalanlageimmobilien wird häufig falsch oder ungenügend in der Planung berücksichtigt, weil sie typische Cashflow-Immobilien haben, die sich dadurch auszeichnen, dass vielleicht die Schulden getilgt sind bis zum Ruhestandsbeginn. Aber auch in der Ruhestandsphase haben wir natürlich Instandhaltungsaufwendungen. Wir haben vielleicht auch durch politische Auflagen entsprechende Investitionen, die notwendig sind. Und wenn dann noch ein gewisser Investitionsstau aus den letzten Jahren hinzukommt, dann ist es gar nicht so selten, dass mal 4, 5, vielleicht auch 6 Jahre oder mehr Jahre Mietüberschuss, also jährlicher Mietüberschuss verwendet werden müssen, um die Immobilie auf einem zeitgemäßen Niveau zu halten. Wenn Sie dann eben 5, 6 Jahre an Mietüberschüssen verwenden müssen als Investition in die Immobilie, dann ist das für Ihre Vermögensseite eine Tausch, linke Tasche, rechte Tasche, weil Sie tauschen Liquidität, Kontoguthaben in Immobilienwert. Aber auf der anderen Seite, Sie können eben nicht einzelne Dachziegel verkaufen oder Teile der Heizung, um die Inflation an der Supermarktkasse zu kompensieren. Deswegen, Sie sehen auch hier Renditen und Zahlungsflüsse. Das sind zwei Paar Schuhe. Und dann ein Punkt, den wir auch sehr häufig sehen, es wird entweder zu Spätvermögen verschenkt, Stichwort Freibeträge, Progressionseffekte, nicht genutztes Familiensplitting und Steuereffekte in der Familie, oder es wird zu viel Vermögen verschenkt, vielleicht auch mit einem Niesbrauch versehen. Und wenn Sie so etwas dann wieder rückabwickeln müssen, das ist meistens relativ teuer, weil die Freibeträge von Eltern an die Kinder, die sind relativ niedrig. Auch der Rückabwicklung von Niesbrauch hat entsprechende Konsequenzen, die zu Liquiditätsabflüssen führen. Also auch hier gilt, da kennen Sie unser Credo, keine Vermögensübertragung ohne ausführliche Finanzplanung. Dann entsteht dieses Problem gar nicht. Da aber in vielen Fällen nur auf die Steuer geschaut wird und keine Finanzplanung vorhanden ist, muss man manchmal überzogene Schenkungen wieder zurückdrehen und das ist dann natürlich nachteilig. Und dann auch ein Punkt, Mangel da nicht mehr zeitgemäßer Versicherungsschutz. Damit meine ich wirklich diese ganz banalen, typischen Versicherungen in den Haushalten von der Haftpflichtversicherung über wie sind die Gebäude versichert und ähnliches. Also dieser ganze Apparat der sogenannten Sachversicherung, da stellen wir auch fest, dass das tendenziell mit steigendem Alter, geht das auch so ein bisschen unter. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass dieser Schutz nicht mehr aktuell ist. Und ein nicht aktueller Schutz bei einem Schadensereignis heißt natürlich auch, dass die Differenz zwischen einem angemessenen Versicherungsschutz und der tatsächlichen Situation durch privates Kapital aufgefüllt werden muss, was natürlich die Liquiditätssituation wieder verändert. Also das sind die häufigsten Fehler, die wir in der Praxis sehen. Von daher, Planung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Ruhestand. Ich denke, es liegt auf der Hand. Wir haben verschiedene Ziele, die gilt es zu übersetzen. Das Ziel ist typischerweise mit Ausgaben verbunden. Denken Sie an das Bild des Preisschildes. Daraus kommt natürlich dann wieder eine Vermögenstruktur. Wir haben unsere Risikopräferenzen. Also ich denke, das Bild relativ klar. Und von daher darf es Sie auch nicht überraschen, dass wir wie immer für solche Fragestellungen bei einer Vermögensbilanz beginnen. Wir sehen links die Vermögenswerte. Rechts sehen wir noch vorhandene Verbindlichkeiten. In dem Fall sind das Kreditverbindlichkeiten für Vermieter, Immobilien. Aber auch hier gilt bei dieser Bilanz, uns geht es ja um die Methodik. Also sprich, die einen werden jetzt sagen, 360.000 Euro Bilanzsumme, das ist ja viel zu niedrig. Andere sagen, naja, es ist ja zu hoch. Aber wie gesagt, es geht um die Methodik. Sie können ja noch ein oder zwei Nullen dran machen. Aber am Ende des Tages die Logik dessen, was wir uns heute anschauen, die ist relativ ähnlich. Weil häufig ist es so, wenn die Bilanzsumme vielleicht ja nochmal deutlich höher ist, auch im zweistelligen Millionenbetrag, dann sind auch meistens die Konsumansprüche und die Vorstellung der Vermögensübergabe an die nächste Generation eine andere. So, dass sich viele Fragestellungen wiederholen, auch wenn die Geldbeträge und die Höhen unterschiedlich sind. Was wir hier sehen, ist erstmal für dieses Thema Ruhestand einen aktuellen Versorgungsstand. Das heißt, man stellt sich die Frage, wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Und dann gibt es einen Prozentsatz. Und Sie sehen eben entsprechend hier, wir haben eben eine gewisse Zielvorstellung, was sich unser Anleger eben entsprechend vorstellt. Versorgungsziel von 5000 Euro. Wir sehen, was bereits erreicht ist, wo wir hinlaufen. Und wenn man das dann in die Relation setzt von dem, was erreicht ist, 2000 Euro erreicht von 5000 Euro Ziel, gibt einen erreichten Versorgungsstand von 41%. Das ist immer sehr schön. Bei Unternehmen schaut man sich das auch häufig an, dann lesen Sie das immer mal in der Zeitung. Wie ist denn der Ausfinanzierungsgrad der Pensionsverpflichtung? Und wenn Sie das, was Sie auf Ebene von DAX-Konzernen haben, auf Ebene von Pensionskassen oder Pensionsfonds, die gleiche Logik übertragen wir auf die individuelle Person. Und das ist eben genau dieser Versorgungsstand, den man eben regelmäßig aktualisiert. Dazu schaut man sich typischerweise noch die Verlaufstabelle an, um auch zu plausibilisieren. Wir wissen ja ohnehin, die genannten Euro-Beträge werden nie eintreten. Aber je besser wir planen und je häufiger man die Planung anpasst, weil sich die Lebensplanung ändert, Zinsen, Inflation und Steuern, wenn man das regelmäßig macht, typischerweise jährlich oder immer dann, wenn es relevante Veränderungen in der persönlichen oder in der Makro-Umgebung gibt, dann passt man das an. Dann wird eben der Korridor der Ergebnisse, der wird eben kleiner. Und um das zu plausibilisieren, schaut man sich eben die Einzeljahre an und sagt, okay, gesetzliche Rente, was soll da kommen? Okay, ja, ist plausibel. Privatrente plausibel. Mieteinnahmen auch plausibel. Also die Bruttoeinnahmen sind vernünftig. Auf Basis der heutigen Gesetzgebung und der Sozialversicherung haben wir also Nettoeinnahmen in Höhe von 2.200 Euro. Wir haben unsere Rentenlücke von 4.800. Wir haben ein liquides Vermögen in der Höhe. Wenn wir das entnehmen, dann sehen wir hier zum Beispiel, naja gut, im 72. Lebensjahr ist das Vermögen hier verbraucht. Und das heißt natürlich in einem solchen Beispiel, da können Sie dann nicht mehr viel tun. Dann muss man sagen, dann ist eben das Versorgungsziel von 5.000 Euro in heutiger Kaufkraft einfach zu hoch. Und dann muss man überlegen, an welchen Schrauben man dreht. Tendenziell in einem solchen Beispiel wird man gar nicht mehr so viel drehen können, außer an der Zielsetzung eben das gewünschte Nettoeinkommen nach unten zu setzen. Und diese Situation wollen wir ja vermeiden. Deswegen macht es ja eben Sinn, sich frühzeitig mit der finanziellen Planung zu beschäftigen. Genau, hier nochmal das Ganze dargestellt. Auch nochmal jetzt im Umkehrschluss, dass Sie das sehen. 5.000 Euro heute mit Inflation sind 7.065 Euro in heutiger Kaufkraft im Jahr 2038 hier abgebildet. Sie sehen das Thema, also hier nochmal die Verlaufstabelle anders dargestellt. Sie sehen, das Vermögen reicht dann irgendwo bis zum 72. Lebensjahr. Und dann ist das Vermögen verbraucht. Und das ist natürlich schon mal ein Indikator, dass hier die Planung anzupassen ist. Typischerweise, auch das müssen wir an unserer Stelle sagen, meistens mit den Kunden und Mandanten, mit denen wir arbeiten, ist es möglich, das gewünschte Altersvorsorgeziel sehr gut zu gestalten, weil die Vermögenshöhe meistens ausreichend ist und man nicht, sage ich mal, den Kontakt mit uns so lange schiebt, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen, je früher, desto besser, weil je früher man die Entwicklung abschätzen kann, desto früher kann man gegensteuern und desto einfacher wird es natürlich, in die sinnvollen Bahnen zu kommen. Was ist nun mit dieser fragilen Dekade gemeint, nachdem wir uns die Methodik einer Ruhestandsplanung und der Liquidität mal angeschaut haben? Klar, zum nächsten Mal, investieren im Ruhestand ist anders. Wir haben hier gewisse Risiken, die haben Sie immer, Zinsrisiken, Inflationsrisiko, die kennen wir aus der klassischen Investitionsthematik, aber Unterschied natürlich ist das Sequenzrisiko und das natürlich der Aspekt mit, das sehen wir gleich, es macht eben einen Unterschied, wann Sie welche Renditen realisieren und das sehen wir gleich an der Tabelle und das hat auch insbesondere Punkte mit dem Thema Entnahmerisiko, weil die Entnahme von Kapital bei einer ungünstigen Reihenfolge von Renditen hat extreme Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, auf die Dauer zu dem Kapitalstock, den Ruhestand finanzieren kann und das im Kontext eben dieser Langlebigkeitsthematik, die wir angesprochen haben, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben Ihnen das hier mal mitgebracht, ist eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation, auch hier gilt, wie gesagt, Sie können da auch eine 0 oder 2 dran machen, ändert nichts an der Methodik und dann sehen Sie eben hier, wir haben eine Rendite unterstellt vor Rentenbeginn von 4%, Schwankungsbreite von 12%, haben 5000 Simulationen getätigt, die Renten ändern sich ab dem Ruhestandsbeginn, die Renditen auf 2%. Und was Sie hier sehen in Rot, dieser konstante Verlauf, das ist das, wie viele Menschen, wie auch unser Gehirn typischerweise tickt, also ich fange heute an mit 100.000 Euro, habe 4% Zins, also habe ich am Ende des Jahres 104. Im nächsten Jahr habe ich 4% Zins auf 104, also bin ich bei 108.000 Eppes. In der Realität wird es aber natürlich nie so sein, dass Sie über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren einen linearen Zins in dieser Höhe haben, sondern die Zinsen haben eine Schwankungsbreite und die Schwankungsbreite dieser Renditen hat natürlich Auswirkungen auf das Endergebnis. Deswegen, Sie sehen hier in Rot diesen klassischen Fall, letztendlich 4% Zins oder Rendite ohne Volatilität. Dann haben wir hier mal so einen Best-Case-Fall, also wo wir einfach extrem positive Renditen haben, aber hier auch mal einen Fall mit sehr schlechten Renditen. Und das haben wir Ihnen hier nochmal in der Tabelle dargestellt und schauen Sie bitte zunächst mal ganz rechts, dass dieser lineare Verlauf 100.000 zu 4% werden 104, aus 104 werden 108 und dann sehen Sie eben, in unserem Musterfall, wir haben eben unseren Zins, irgendwann gehen wir in den Ruhestand, die Renditen kommen nach unten, wir entnehmen Kapital und jetzt sehen wir hier im Jahr 2053, wenn der Ehepartner 82 ist und die Ehepartnerin in dem Beispiel 76, dann ist das Kapital eben aufgebraucht. Jetzt sehen Sie aber mal den Worst-Case-Fall und diesen Worst-Case-Fall zeichnet aus, dass unser Anleger relativ am Anfang seiner Anlageperiode sehr schlechte Renditen generiert. Jetzt, Sie sehen es, minus 27,5% im ersten Jahr, minus 3 im zweiten, minus 6 im dritten, dann mal plus 10, minus 15, also eine sehr schlechte Reihenfolge von Renditen am Anfang und weil dann natürlich auch der Zinseszinseffekt entsprechend weniger wirkt, sehen Sie letztendlich, dass mit dem gleichen Anfangskapital, das Kapital eben im Jahr 2039 verbraucht ist, während es im Jahr 2053, also 14 Jahre später, erst bei unseren linearen Renditen verbraucht. Also Sie sehen schon diesen extremen Unterschied und das ist eben genau dieser Aspekt aus dieser fragilen Dekade, weil tendenziell Menschen im Durchschnitt zum kurz vor Eintritt in den Ruhestand das höchste Kapital akkumuliert haben, weil es gibt ja noch keine Entnahmen und natürlich auch in den ersten 5 Jahren, also sprich in den 5 Jahren vor dem Ruhestandsbeginn und in den ersten 5 Jahren nach Ruhestandsbeginn ist das akkumulierte Kapital am höchsten. Das heißt natürlich auch, dass in diesen 10 Jahren wirken negative Kapitalmarktentwicklungen, sei es über den Aktienmarkt, sei es über den Anleihmarkt, sei es aber auch vielleicht, wenn wir Immobilien reden, auch hier eine sehr unglückliche Phase, was das Transaktionsvolumen und das Preisniveau eingeht, sehen wir im Endeffekt, wie schwer das den Anleger trifft und von daher kann es zum Beispiel durchaus Sinn machen, zu sagen, naja, ich weiß, ich habe dieses Risiko einer negativen Sequenz von Renditen und weil ich dieses negative Sequenzrisiko habe und nie ausschließen kann, also unabhängig von, gibt es eine Krise, gibt es eine Rezession, gibt es eine geopolitische Eskalation mit Russland, was immer Sie auch an Gründen anführen können, und hier muss man sagen, dann muss man sich von der Meinung los eisen und muss ja nicht sagen, ich habe verstanden, dass ich dieses Sequenzrisiko habe und weil ich dieses Sequenzrisiko habe, muss ich es in meiner Anlagestrategie reflektieren. Ob das dann über einen schrittweisen Abbau der Aktienquote ist, mit einem schrittweisen Aufbau der Aktienquote im Ruhestand, also, ne, erst runter und dann schrittweise wieder hoch, ob man sagt, man löst das Ganze über Termingeschäfte, also in Derivate, um zum Beispiel zu sagen, naja, gut, wenn Aktien 10% fallen, das ist kein Problem, aber beispielsweise ein Rückgang von 30%, das wäre jetzt eher unglücklich, weil ich eben genau dann diese Worst-Case-Thematik hier theoretisch vor mir haben könnte, mit den geschilderten Konsequenzen, dann macht das natürlich Sinn zu überlegen, wie kann ich das über Termingeschäfte letztendlich absichern. Und da merken Sie schon, wie sich das auch dreht, während Sie in der Sparphase diesen Aspekt nicht so sehr berücksichtigen will, weil es Ihnen egal ist. Sie würden in der Sparphase ja sagen, würden sagen, na, ist doch super, wenn der Markt fällt, ganz toll, dann bekomme ich ja mehr Aktien, mehr Anteile fürs gleiche Geld. Also eine Krise in der Akkumulationsphase ist zwar im Moment negativ, aber solange Sie ja noch in der Sparphase sind, profitieren Sie ja auch wieder positiv, weil wenn Sie immer wieder Kapital in den Kapitalmarkt investieren, werden Sie ja langfristig entsprechend eine höhere Rendite haben, weil das niedrigere Ausgangsniveau zu höheren erwarteten Renditen in der Zukunft führt. In der Ruhestandsphase ist das eben dann ein bisschen anders, speziell, wenn wir da noch über das Thema Entnahmen auch sprechen. Und wenn es ganz schlimm kommt, das sehen Sie ja hier in dieser Phase, da hat man es ja kaum bis zur Entnahmephase geschafft. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Sequenzrisiko in dieser sogenannten fragilen Dekade. Das gilt natürlich nicht nur für das Thema Ruhestand, das gilt auch, wir haben das teilweise bei Kunden, die sind Mitte 40 oder erst Anfang 50. Warum? Große Erbschaften, Cash-Event durch einen Unternehmensverkauf oder einen Teilunternehmensverkauf. Also sprich, viele dieser Mechanismen, die wir gesehen haben, die gelten nicht nur altersbezogen, sondern die gelten auch, wenn sich eben im Leben was ändert, weil ich früh ein Unternehmen verkaufe oder denken Sie beispielsweise an Sportler, nehmen Sie Bundesliga oder insgesamt Fußballprofis, die haben eine sehr, sehr begrenzte zeitliche Spanne, in der Sie extrem viel Geld verdienen, aber vielleicht bis 35, vielleicht bis 38, gut, vielleicht gehen Sie noch mal nach China oder sonst irgendwo hin, dann können Sie das noch ein bisschen verlängern, aber am Ende des Tages haben Sie einen Zeitraum, in dem Sie super verdienen, exorbitante Überschüsse generieren, aber im Idealfall muss dieser Kapitalstock dann reichen, um nicht nur 20 Jahre Ruhestand zu finanzieren, sondern vielleicht von 40 bis 65 und dann noch mal die klassische Ruhestandsphase. Und deswegen gelten viele dieser Themen, die wir jetzt gerade besprechen, nicht nur für den klassischen Ruheständler, sondern auch für Unternehmer, Sportler, auch natürlich Schauspieler und ähnliche Kulturschaffende. Also, fragile Dekade, Sequenzrisiko, ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Thema an der Stelle vermitteln. Kommen wir nun zum Thema Vermögen sinnvoll in Einkommen wandeln. Wie kann man das planen? Was sind die Fallstrecke? Vereinfacht gesprochen, gibt es vier Beispiele. Erstens, oder Möglichkeiten, ich packe es in der Sofortbeginn, Rentenversicherung, also ich gehe zu einer Versicherung, gebe denen das Geld, bekomme eine lebenslange Rente, Teil ist garantiert, ein Teil sind Überschüsse, Möglichkeit zwei, ich nutze nur die Erträge, also die Zinsen, die planbar sind, Dividenden, auch ordentliche Erträge, wenn diversifiziert, auch die in Euro gemessen relativ gut planbar, aber natürlich die Renditen aus der Preisveränderung, die sind nicht so gut kalkulierbar, dann die Entwicklung einer individuellen Etappenstrategie, das schauen wir uns gleich an, oder dynamische Entnahmestrategien. Ich denke, die Leibrente, die ist relativ klar, Sie kennen das alle. Pro 10.000 Euro Rentenguthaben, gibt es eine gewisse Garantierente, dazu kommen noch nicht kalkulierbare Überschüsse, dann gibt es verschiedene Rentenformen, konstante Renten oder steigende Renten. Ich denke, das Thema ist relativ klar und plausibel am Ende des Tages. Ich tausche Vermögen in eine Einkommenszusage, aber da die Versicherungswirtschaft sehr konservativ kalkuliert, mit relativ hohen Lebenserwartungen, brauche ich hier schon ein sehr, sehr hohes Alter, damit sich das Ganze wirtschaftlich rechnet. Allerdings muss man sagen, es geht hier um den Versicherungskarakter der Langlebigkeit. Von daher, das, was man auch oft sieht, der Vergleich von Sparplänen mit Versicherungen, der ist manchmal ein bisschen einseitig, deswegen die Frage muss viel eher sein, brauche ich noch eine lebenslange Leibrente, weil sie hat eben diverse Nachteile, aber wenn ich sie eben brauche, dann gilt es abzuwägen, ob ich diese Nachteile in Kauf nehme, für einen Teil meines Kapitals. Brauche ich diese Sicherheit nicht, weil mein Vermögensstock groß genug ist, weil ich noch andere Möglichkeiten oder andere Einkommensquellen habe, aus Renten, Versorgungswerken oder vermietenden Immobilien, dann ist meine Struktur vielleicht so, dass ich gar keine Leibrenten benötige. Von daher, die Vor- und Nachteile sind, glaube ich, klar. Ich delegiere die Kapitalanlage an die Versicherung, das ist natürlich bequem, Problem ist, die Anlagestrategie ist sehr nominell orientiert. Wie gesagt, ist ein bisschen Geschmackssache, aber die Nachteile sind natürlich auch zu berücksichtigen. Das andere, wir leben aus den Erträgen, auch das ist relativ klar. Mein Kapital bleibt mehr oder weniger über die Zeit konstant, aber mein Einkommen schwankt natürlich, weil die Zinsen, das haben Sie in der letzten Zeit gesehen, die haben natürlich auch eine deutliche Varianz. Wir haben aktuell ein Zinsniveau von 3,5-4% für solide Rentenstrategien. Da waren wir vor 2,5-3 Jahren, konnten Sie das Komma versetzen, da waren wir eher bei 0,4%, wenn es gut läuft und teilweise waren wir sogar im negativen Bereich, weil die Staatsanleihen eigentlich fast über die komplette Zinsstrukturkurve im negativen Bereich rentierten. Heißt aber, Sie sehen schon hier die Differenzierung, Kapital bleibt konstant, aber Einkommen kann ich nicht abschätzen. Wenn ich aber natürlich eine plausible planbare Einnahmenshöhe habe, dann merkt man schon hier, da komme ich hier an gewisse Grenzen. Vorteile ganz klar, bei großem Vermögen langt niedriger Ertrags, ein niedriger Zinssatz, ich habe keine Kapitalverzehr, ich kann alles an die nächste Generation weitergeben. Die Nachteile natürlich auch, glaube ich, relativ klar, aber auch hier gilt, man muss schon noch mitdenken und vor allem dieses Thema Marktschwankungen, sorgen für Schwankungen bei der Höhe der Entnahme, weil wenn sich die Vermögensgröße ändert, dann ändert sich ja typischerweise auch der Ertrag darauf, wenn Sie sich das mal verbildlichen mit Zähler und Nenner, von daher, auch da muss man ein bisschen mitdenken, deswegen, wir sind eher ein Freund davon, von so einer sogenannten Etappenstrategie, das bedeutet, aus meiner Liquiditätsplanung kommend, definiere ich zum Beispiel zwei Töpfe, mein Verbrauchskapital und mein Wachstumskapital, im Verbrauchskapital, im Verbrauchskapital würde zum Beispiel definiert liegen, mein Liquiditätsbedarf der nächsten zwei Jahre, beispielsweise in Geldmarktanlagen, um sicherzustellen, dass ich laufend den Geldmarkt adäquaten Satz verdiene, unabhängig davon, ob die Banken gerade aktuelle Zinsen weitergeben oder ihre Marge optimieren, dann vielleicht für Horizonte von drei bis fünf Jahren, gewisse Laufzeit, Strategien über Anleihen und dann werde ich natürlich laufend das innerhalb des Topfes jedes Jahr wieder hin und her schieben, mache einmal pro Jahr meinen Liquiditätsplanungs-Forecast, sehe, wann wird welches Kapital benötigt, bestimme die Höhe meines Verbrauchskapitals, passe in diesem Topf des Verbrauchskapitals zwischen Geldmarkt und Anleihen an und auf der anderen Seite habe ich eben meinen Wachstumskapital-Topf und im Idealfall kann ich dieses Kapital so anlegen, dass dann eben, wenn der Verbrauchskapital-Topf verbraucht ist, habe ich wieder neues Kapital, um dann von dem Wachstumskapital-Topf in den Verbrauchskapital-Topf umzuschichten. Das ist eine relativ schöne Lösung, weil es ein Schubladendenken letztendlich kreiert und dieses Schubladendenken typischerweise dazu führt, dass die Einordnung gut erfolgt und dann kann man eben sehr schön sagen, ich habe zwei, in unserem Beispiel zwei Vermögensverwaltungsstrategien bei einer Bank, steuertechnisch damit alles auch optimiert, was die Verrechnung betrifft, ich habe mein Verbrauchskapital mit Anlagerichtlinien im Zinsbereich, ich habe meinen Wachstumskapital-Topf mit Anlagerichtlinien, die eher vielleicht 40, 50, 60, 70 Prozent Aktienquote plus ein bisschen Edelmetalle beinhalten und da habe ich eine sehr schöne Einordnung, Zuordnung auch über die beiden Anlagerichtlinien, also eine sehr klare Definition der verschiedenen Töpfe und dann kann ich eben immer wieder vom Wachstumskapital in das Verbrauchskapital hin und her schichten und da meines Erachtens der große Vorteil ist eben diese klare Zuordnung und auch hier, wenn man weiß, das Verbrauchskapital steht zur Verfügung, ich weiß, meine nächsten drei bis fünf Jahre sind Cashflow-technisch gesichert, dann bringt mir das eine unheimliche Ruhe mit rein, was die täglichen und wöchentlichen Börsennachrichten angeht, also auch hier die gute Planung sorgt dafür, dass man im Wachstumskapitaltopf auch wirklich die Renditen generiert, die der Kapitalmarkt hergibt, weil das wissen wir ja alle, die meisten Anleger verdienen die Kapitalmarktrenditen nicht, weil in guten Zeiten wird man zu gierig, man schaut nicht auf Risiken, in schlechten Phasen wird man ein bisschen zu prozüglich negativ verkauft, meistens, wenn man im Tal der Drehend ist und verpasst die Renditen nach oben und von daher diese Etappenstrategie ein sehr schönes Thema. Also natürlich, wir haben Diversifikation, wir haben eine klare Trennung, wir haben verschiedene Perioden, die wir definieren können, man kann es super individualisieren, aber Nachteil ist natürlich, es ist ein bisschen mehr Aufwand, man muss auch in der konsolidierten Betrachtung einiges berücksichtigen, aber tendenziell aus unserer Sicht eigentlich ab ein gewisser Vermögensgröße die beste Strategie. Wie gesagt, der Planungsaufwand ist unseresnachstens am höchsten, nur noch die Feinsteuerung bedarf da einiger Themen, besonders auch in Kombination mit diesem Sequenzrisiko, was wir eben im Kontext dieser fragilen Dekade schon hatten, aber hier individuell lassen sich ab einer gewissen Vermögensgröße die individuellen Lösungen sehr gut darstellen. Dann, auch das nochmal klargestellt, diese Differenzierung zwischen Einkommensstabilität und Portfolioerhalt, das muss man sich eben genau klar machen, das ist einfach ein Zielkonflikt. Dort, wo Sie die höchste Einkommensstabilität haben, haben Sie vielleicht die geringste Wahrscheinlichkeit, das Portfolio langfristig zu halten und umgekehrt. Das heißt, man muss genau definieren, wo liegt mein Fokus, was will ich optimieren und auch daran die Erfolgsmessung festmachen. Teilweise sehen wir, dass Anleger eigentlich hier starten und dann in der Kapitalmarktphase, die vielleicht mal eher ungünstig war oder besonders günstig war, dann die Erfolgsmessung auf einmal hieran festmachen. Und dann, wenn Sie zwischendrin eigentlich die Kriterien ändern, was für Sie ein Erfolg ist, dann ist das natürlich negativ. Von daher, diese Sicherheit versus Wahrscheinlichkeit, das muss man schon auf dem Zettel haben, weil im Kern drehen sich alle Strategien, die wir uns anschauen können, ob Etappenstrategie, ob die Entnahme oder auch wenn Sie sich selbst irgendwelche Gedanken gemacht haben oder wenn Sie irgendwelche Artikel bei Finanztest oder Focus Money oder Kapital oder Wirtschaftswoche oder wo auch immer lesen, am Ende des Tages haben Sie immer diese beiden Themen hier abzugrenzen und am Ende können Sie alle Strategien, die es gibt, nach diesen beiden Töpfen entsprechend hier verteilen. Also hier nochmal dargebracht, auch dynamische Entnahmestrategien, die gibt es natürlich. Ich kann natürlich sagen, ich passe meine Entnahme an der Inflation an, dann spielen natürlich Marktschwankungen keine Rolle, meine Einkommensstabilität ist hochgradig stabil, aber ob ich mein Vermögen, mein Portfolio erhalten kann, ist natürlich nicht vorhersehbar, Stichwort Fahrtabhängigkeit. Ich kann natürlich auch Ober- und Untergrenzen definieren, klar, oder ich habe eine prozentuale Entnahme aufs Vermögen, da sehen Sie schon, und wenn ich prozentuale entnehme, werde ich mein Portfolio wahrscheinlich nie verbrauchen, aber die Marktschwankungen haben erheblichen Einfluss und dementsprechend ist auch die Stabilität meines Einkommens, also der Höhe meines Einkommens, nicht klar planbar, also habe ich eine Schwankung. Und da merken Sie schon, dass das, was wir eben abstrakt auf diesem Schaubild hatten, sehr wohl konkret Auswirkungen hat, weil eine schwankende Einkommensstabilität bedeutet ja nichts anderes, als dass ich in gewissen Phasen mehr Entnahmen, mehr Liquidität für meinen Konsum habe, als in anderen Phasen. Also genau das Gegenteil, wenn Sie so möchten, zu einer Leibrente in dem Beispiel. Also, Sie haben schon gesehen, das sind die unterschiedlichsten Varianten, es gibt jetzt kein besser oder schlechter, ich würde eher sagen, abhängig von der persönlichen Situation und der Vermögensgröße gibt es unterschiedliche Ansätze, jemand mit vielleicht mit 100.000 Euro Vermögen hat jetzt vielleicht einen anderen Denkansatz als jemand mit einer Million oder auch mit 10 Millionen. Also da sehen Sie, die Methodiken sind vielfältig. Man muss überlegen, welcher Ansatz passt für welche Lebenssituation, für welche Mentalität, auch das ein großer Unterschied. Dann das Thema abschließend noch mal mitgebracht, das Thema Tod gehört natürlich dazu, auch hier gilt es zu definieren, was passiert eigentlich, wenn jemand verstirbt. Wer erbt, beispielsweise, wenn keine Kinder da sind, dann wissen Sie auch, in der Ehe, dann erben auch die Eltern mit. Und das ist natürlich erstmal für viele Ehepartner überraschend, dass auf einmal die Eltern des verstorbenen Ehepartners Teil der Erbengemeinschaft sind. Von daher, das Thema Testament spielt hier auch mit rein. Insgesamt auch zu definieren, wer gehört eigentlich zur Familie, in manchen Familien zählt der angeheiratete, Ehepartner, die Ehepartnerin, das eigene Kindes mit zur Familie, im emotionalen Sinn, in anderen Familien, muss man sagen, da rinnt das gut wie das Blut. Also von daher, da wird da noch mal differenziert. Deswegen auch, was man sich immer anschauen sollte, Genogramm, wen haben wir eigentlich an relevanten Personen in dieser Betrachtung, was heißt das in der Erbanalyse, hier ein simples Beispiel, Eheleute im Güterstand, in der Zugewinngemeinschaft, gesetzliche Erbfolge heißt, überlegende Ehepartner bekommen die Hälfte, das Kind bekommt die Hälfte. In diesem Beispiel, wo die Experten von Ihnen vielleicht jetzt auch sagen, Moment mal kurz, ist ja nicht ein Halb, sondern eigentlich ist es ja nur ein Viertel und ein Vierter ist ein pauschaler Zugewinnausgleich, dass es richtig gibt, ein Halb. Und in manchen Konstellationen kann es dann Sinn machen, die güterrechtliche Lösung zu wählen. Also, der überlebende Ehegatte schlägt das Erbe aus, bekommt den Pflichtteil, weil der Pflichtteil plus der faktische Zugewinnenausgleich höher in der Erbquote sind, als dieses pauschale ein Halb addiert. Also, auch das muss man sich anschauen, nur damit Sie es mal gehört haben, güterrechtliche Lösung versus erbrechtliche Lösung. Also, auch das ist ein wichtiger Punkt. Warum ist das wichtig? Weil wir uns natürlich anschauen wollen, Moment, was passiert eigentlich am Ende des Tages? Wir haben Vermögenshöhen und am Ende geht es uns ja darum, was fließt an Kapital ab? Wenn jetzt also in unserem Beispiel hier, lassen wir den Hans, wir Männer sind ja Gentlemen, wir sterben ja immer zuerst, also hier der Hans verstirbt und von seinem Vermögen, wir haben uns eben das Thema angeschaut, geht da natürlich Geld weg. Warum geht Geld weg? Naja gut, es geht natürlich einerseits Geld weg an das Kind, klar, und es geht natürlich auch nochmal Geld weg, auch gegebenenfalls an das Finanzamt und diese Gelder fließen ja aus der Substanz, aus der Vermögensbilanz des überlebenden Ehepartners ab und wenn Sie dann auf einmal die Situation haben, dass der überlebende Ehepartner, der wohnt eben im Einfamilienhaus mit einem entsprechenden Wert, jetzt geht die Liquidität in Konten und Depots, die geht zu einem gewissen Teil zur Befriedigung der Erbansprüche des Kindes oder vielleicht auch anteilig bei anderen Summen ans Finanzamt, dann wird die Vermögensstruktur ja immer illiquider und wir haben schon gesagt, Sie können keine einzelnen Ziegel verkaufen, um die Inflation an der Supermarktkasse zu kompensieren. Deswegen ein Aspekt, den wir häufig sehen ist, auch bei sehr, sehr ansprechenden Vermögensgrößen, dass man zwar sagt, ja, ja, es genügend Geld da, um das Thema Erben zu bedienen und auch das Finanzamt zu bedienen, aber was dann nicht mehr betrachtet wird, ist die Vermögensstruktur noch liquide genug, um die Ansprüche an den Konsum des überlebenden Ehepartners zu finanzieren. Deswegen auch hier gilt wiederum, wirtschaftliche Betrachtung, Liquiditätsplanung, aus der Liquiditätsplanung und den dargestellten Konsequenzen resultieren ja Ansprüche an eine gewillkürte Erbfolge, die dann eben mit einem Testament, einem Erbvertrag entsprechend auch kombiniert werden kann, bis hin zu der Thematik, vielleicht auch zu sagen, liebe Kinder, macht es Sinn, dass wir einen Pflichtteilsverzicht entsprechend hier aushandeln, weil wir um die Nachteile des Berliner Testamentes wissen. Also, ich will das jetzt gar nicht hier zu rechtlich werden lassen, wir gehen jetzt um die wirtschaftliche Perspektive, Abfluss von Vermögen an andere Erben, illiquidere Vermögensstruktur und in einem solchen Fall fließt ja nicht nur Vermögen ab, sondern, wir haben es vorhin schon mal gehört, aus einer Altersrente von 100% wird eine Witwenrente mit vielleicht 55 oder 60%. Das heißt, aus 2000 Euro Rente werden dann bei 60% nur noch 1200. Also fehlen schon mal 800 Euro Rente vor Steuern pro Monat. Und das natürlich auch, kann durchaus mal erheblich sein, auch bei den Freiberuflern, wenn Sie die Witwenrenten im Versorgungswerk anschauen, schon ein Unterschied, ob Sie die Altersrente haben oder die Witwenrente. Also, der Aspekt ist natürlich noch wichtig. Insgesamt natürlich wichtige Fragen für jeden Anleger. Das ist klar. Vermögensstrukturierung, wie sieht die Liquiditätsplanung aus, was haben wir an steuerlichen Aspekten, was will ich eigentlich, Thema Sicherung des Lebenswerkes, habe ich vielleicht auch philanthropische Themen, Stichwort gemeinnützige Zwecke und Stiftungen, wie spielt das in das Ganze mit hinein? Soll mein Geld noch eine Rendite erwirtschaften, die auch noch gesellschaftlicher Natur ist, Stichwort Impact Investing? Wenn die Liquidität im Ruhestand gesichert ist, will ich vielleicht Vermögen übertragen auf die nächste Generation? Wie sieht es da mit Mitspracherechten aus? Will ich eine Gesellschaft hier nutzen, um Instrumente aus dem Gesellschaftsrecht einzusetzen, um meine Ziele zu erreichen? Wie kann ich eine Zersplitterung verhindern? Also relativ viele Themen, die man sich hier betrachten sollte im Gesamtkontext. Und Sie merken schon, das Thema Ruhestandsplanung ist jetzt nicht ganz so trivial, weil Sie viele Facetten aus der klassischen Finanzplanung, aus der klassischen Vermögensstrukturierung kombinieren müssen mit diesen Sonderthemen, die wir haben. Zum einen emotionaler Natur, ein großer Unterschied, auch im Risikoverhalten, wenn mal das laufende Einkommen wegfällt. Und natürlich aus der Thematik, dass die Renditereihenfolge, die wir eben dargestellten, ganz, ganz andere Konsequenzen hat, als eben im Rahmen der Sparphase. Von daher die Situation, ich hoffe, ich konnte Ihnen das vermitteln, die ist jedoch wesentlich anders. Von daher hoffe ich, dass wir Ihnen mit diesem Webinar, in diesen rund 45 Minuten, einen ersten Einblick geben konnten, mit welchen Fragestellungen wir uns für unsere Kunden und Mandanten beschäftigen, welche Werkzeuge es gibt, um auf diese Fragestellung draufzuschauen. Und an dieser Stelle würde ich dann jetzt die Online-Konferenz, die Aufzeichnung beenden. Darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Und wir würden dann jetzt noch hier in die Fragerunde gehen, bei der Sie gerne die Funktion der Software nutzen können. Sie können die Frage eingeben. Ich würde die dann vorlesen. Aber wie immer gilt natürlich auch im Nachgang, kommen Sie gerne direkt auf uns zu, wenn Sie wissen möchten, wie Sie das allgemein kommuniziert auf Ihre persönliche Situation anwenden können. Wie wir Ihnen dabei konkret helfen können. Von der Finanzplanung, Liquidität, über die Vermögensstrukturierung, bis hin eben auch zur laufenden Verwaltung der Gelder aufbauend auf den Prämissen, die man eben in der vorangegangenen Planung hergeleitet hat. Und auch alle Screenshots, die dann mit den Tabellen, mit diesen Verlaufstabellen, Vermögensbilanz, Ruhestands, Ausfinanzierungsgrad und ähnliches. Das sind auch übrigens Werkzeuge, die wir Ihnen nicht einfach als PDF oder als Grafik zur Verfügung stellen, sondern Sie erhalten da einen Online-Zugang und können genau das Gleiche sehen, was wir sehen. Sie können Änderungen vornehmen und selbst live zu sehen, wenn ich mein Ruhestandsziel von 4 auf 5.000 Euro, von 6 auf 5.000 Euro verändere. Was heißt das letztendlich? Und das wirklich im Live-Betrieb quasi direkt, weil die Software das direkt rechnet. Ja, meine Damen und Herren, das soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, die Aufzeichnung an dieser Stelle beendet. Von daher nun ein guter Moment, jetzt hier auch dann Fragen zu stellen.